. Genau für sie hat er sich... Nein! Warum? Warum hat er das gemacht? Nein, wirklich nicht! Für ihre Sünden, bitte! Du bist Gebeneteit unter den Frauen. Und Gebeneteit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Hier leg ich mir die Muttergottes. Wer? Was? Die Wandermuttergottes. Zeigen Sie mir mal, was die Muttergottes hinstellen wollen. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschenleben. Wir schwören dir unsere Treue in diesem Wind. Amen. Wir schwören dir, dass Österreich wieder katholisch wird. Amen. Was? Was hat dir deine Familie rausgeschmissen? Bitte. Nein, wir sind alles böse aus deinem Herz. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschenglück. Wie sich eine Kugel dreht, die bald da, bald dort entsteht, so ist unser Glück gesät.